Heben wir diese Woche ab mit der neuen DJI Avata 2, laden uns dann noch das riesige Spring-Update für Luminaneo runter und freuen uns auf Canons nächste große Präsentation. Ach ja, und ich dachte diese Woche erstmal, dass Rollei seine neuen Lichter nach mir benannt hat. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Fotografix News. Eine weitere Woche ist ins Land gegangen, in der Welt der Fotografie und Videografie und es gibt wieder mal jede Menge zu berichten. Mein Name ist Benjamin Lux, das wird später noch relevant, aber erstmal geht es um unseren Sponsor Fotokoch. Denn passend zu den neuen Firmware-Updates der neuen Kameras gibt es eine große Sofortrabattaktion für verschiedene Varianten der Panasonic S5 II und der S5 IIX. Sparen könnt ihr beim Kauf bis zu 800 Euro und direkt zu allen Bundles kommt ihr über den Link in der Podcast- oder Videobeschreibung. Vor einigen Wochen stellte der Softwarehersteller Skylum eine neue iPad-Variante seiner Bildbeatmungssoftware Lumina vor. Und damit Desktop-User wohl nicht leer ausgehen, bringt Skylar für Lumina Neo jetzt noch ein gewaltiges Frühlings-Update heraus. Das neue Update steht allen Lumina-Kunden ab dem 25. April kostenlos zur Verfügung. Das gilt sowohl für Abonnenten als auch für Besitzer der Einzelversionen. Ladet ihr euch die neue Version am 25. herunter, dann könnt ihr folgende neue Funktionen nutzen. Erstens die Twilight Enhancer AI, mit der sich detailliert die Atmosphäre von Morgen- und Abenddämmerungen erzeugen oder auch anpassen lässt. Zweitens die Water Enhancer AI, mit der ihr die Farbe des Wassers sowie dessen Textur und Tiefe verändern könnt. Dann gibt es noch die Objektmaskierungs AI, mit der ihr automatisch oder nur mit einem Mausklick Masken erstellt. Die Luminanzmaskierung kommt auch dazu, mit der ihr aus Helligkeitsbereichen Masken erstellen könnt. Das ist eine Funktion, die ich seit einiger Zeit in wirklich gerne in Photoshop Lightroom, nee, in Adobe Lightroom nutze. Ebenfalls neu ist die HDR-Stapelverarbeitung, mit welcher der Arbeitsablauf beim Verarbeiten von mehreren Belichtungsreihen einfacher wird. Zwei Hinweise dazu, es geht maximal mit 1000 Bildern, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ihr braucht aber in jedem Falle die HDR-Merge-Erweiterung. Hinzu kommen einige weitere Funktionen und auch kleinere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche. Bevor ich hier aber den Rahmen sprenge, lieber noch ein kleiner Hinweis. Scalum hat die Frühlingsangebote mit Rabatten von bis zu 83% noch einmal verlängert. Zusammen mit dem Gutscheincode PHOTOGRAPHICS, groß geschrieben, reduziert sich der Preis des 2-Jahres-Abos dabei auf nur 89 Euro. Mit der Avata 2 hat DJI vergangene Woche eine neue FPV-Drohne vorgestellt. FPV steht dabei für First-Person-View und weist darauf hin, dass DJI die Drohne zusammen mit einer Videobrille liefert. Nehmt beim Fliegen also direkt die Sicht der Drohne ein. Verbessert bei der Avata 2 hat DJI die Hinderniserkennung mit nach unten und nach hinten gerichteten Sensoren. Die Akkurlaufzeit beträgt jetzt 22 statt 18 Minuten und im Lieferumfang gibt es jetzt die DJI Goggles 3, also eine verbesserte Videobrille. Diese ist mit Dual-Micro-LED-Displays ausgestattet und verfügt über eine Tens von nur 22 Millisekunden. Kameratechnisch ist die Avata 2 mit einem größeren 1 zu 1,3 Zoll Sensor ausgestattet, der mit 12 Megapixeln auflöst. Die Brennweite beträgt 12 Millimeter Äquivalenz zu Kleinbild und die verbaute Optik ist mit f2.8 relativ lichtstark. Videos nehmt ihr wahlweise in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde, in 2,7K bei 120 FPS oder in 1080p ebenfalls bei 120 FPS auf. Videos und Fotos speichert ihr auf dem 46 GB großen internen Speicher und braucht euch so erstmal nicht um Speicherplatz zu kümmern, wenn ihr die Reichweite von 10 Kilometern ausnutzen wollt. Falls ihr mehr Speicher braucht, dann könnt ihr aber auch noch eine Micro-SD-Karte einsetzen oder direkt live auf dem Handy speichern. Die Windresistenz, also wie schnell der Wind beim Fliegen so sein darf, gibt DJI mit bis zu 10,7 Metern pro Sekunde an und der Preis liegt bei 999 Euro für die Fly More Combo mit einem Akku. Alternativ gibt es auch eine Variante mit drei Akkus, eine Ladestation und einer Tragetasche für 1199 Euro. Nutzt ihr bereits die Vorgängerin, könnt ihr die Avata 2, also nur die Drohne an sich, auch einzeln für 489 Euro kaufen. Zum Ende noch ein Hinweis, mit einem Gewicht von 377 Gramm solltet ihr euch vor dem Kauf unbedingt über Drohnenversicherungen und die Auflagen für Flüge in Deutschland informieren. In der Podcast- und Videobeschreibung habe ich euch unsere Ratgeberartikel zu dem Thema verlinkt. Also, guten Flug! Ganz kurz und knapp, Canons nächstes Event soll zwischen dem 21. und dem 23. Mai stattfinden. Die Info geht auf einen Tweet der Seite Canon Rumors zurück, auch wenn es sich dabei natürlich weder nur um Gerüchte handelt. Gehen wir mal stark davon aus, dass Canon dann entweder die EOS R5 Mark II, die EOS R1 oder das Canon RF 35mm f1.4 L vorstellen wird. All diese Neu-Einkündigungen waren letzte Woche im Gespräch, wenn es um Kennengerüchte gab, äh ging. Falls ihr mehr dazu hören wollt, dann empfehle ich euch die Folge von letzter Woche. Schaut ihr gerade auf YouTube, dann könnt ihr das Video direkt anklicken. Jetzt wird es ein wenig kontrovers. Roller hat diese Woche eine neue Dauerlicht-Serie vorgestellt und dabei offenbar meinen Namen falsch geschrieben. Denn die Roller Lux schreibt sich L-U-X und meinen Nachnamen schreibt man schließlich L-U-C-K-S. Ich bin empört. Spaß beiseite, Lux ist ziemlich sicher an eine Einheit für Beleuchtungsstärke angelehnt, die sich wiederum vom lateinischen Wort für Licht ableitet. Und mit dieser neuen Dauerlicht-Serie führt Roller aktuell zwei neue Modelle ein, die Lux 60 RGB und die Lux 100 B-Color. Optionales Zubehör wie eine Softbox, einen Tragegurt und einen Batteriegriff für den mobilen Einsatz stellte Roller ebenfalls vor. Die Lux 60 RGB verfügt über eine stufenlose Helligkeitsanpassung, 360 verschiedene RGB-Farben und eine einstellbare Farbtemperatur für weißes Licht. Die Leistung beträgt, wie der Name andeutet, 60 Watt und somit ist sie ein wenig schwächer als die Lux 100 B-Color. Die große Lux leistet 100 Watt, ist ebenfalls stufenlos in Helligkeit einstellbar und hier könnt ihr zwischen Farbtemperaturen zwischen 2700 und 6500 Kelvin einstellen. Farben gibt es hier allerdings nicht. Beide Modelle sind mit Abmessung von etwa 16x4x9 cm und einem Gewicht von 345 Gramm eher kompakt und leicht. Wie andere kompakter LED-Dauerlichter könnt ihr zudem kreative Lichteffekte wählen. Auffällig ist allerdings, dass Rollei beide Lichter mit einer aktiven Kühlung erstattet. Hoffen wir mal, dass die nicht zu laut ist oder beim Filmen auf der Kamera für Vibrationen sorgt. Zum Verkaufsstart gehen beide Lichter für 149 Euro an den Start. Später soll der Preis dann auf die unverbindliche Preisempfehlung von 249 Euro steigen. Also zum Start 100 Euro Rabatt kann sich also durchaus lohnen. In der letzten News für diese Woche möchte ich euch zwei Ankündigungen für Firmware-Updates zusammenfassen, denn Fujifilm und Panasonic haben beide neue Software für einige Modelle angekündigt. Starten wir mit Fuji. Hier bekommen die X-H2S und die GFX100 Mark II neue Firmware-Version. Der Hersteller hatte die Updates ja bereits zum X-Summit im Februar angekündigt und jetzt erscheinen die Updates auch tatsächlich schon. Die Firmware 6.00 für die X-H2S verbessert den Autofokus im AFC-Modus, also im kontinuierlichen Autofokus-Modus. Darüber hinaus soll der Autofokus jetzt besser mit Weitwinkelobjektiven zusammenarbeiten. Wer mit der Kamera zudem filmt, der kann jetzt bei der Aufnahme einen roten Rahmen um das Display anzeigen. Erfahrungsgemäß ist das sehr praktisch, wenn man sich selbst filmt. Hinzu kommt ein neuer Touch-to-Track-Autofokus, bei dem ihr Motive einfach antippen könnt und die werden dann getrackt. Die GFX100 II profitiert ebenfalls von den Autofokus-Optimierungen. Besonders soll sich die Autofokus-Reaktion beim Auflösen im Serienbildmodus mit ausgeschaltetem Shutter-RF verbessern. Nutzt ihr die Kamera, wüsst ihr bestimmt, was das bedeutet. Alle Neuerungen und die Firmware-Dateien zum Download findet ihr in unseren News in der Podcast- oder in der Videobeschreibung. Jetzt zu Panasonic. Die Modelle S52 und S52X bekommen das Update auf die Version 3.0 bzw. 2.0 bei der S52X. Während ihr die Fuji-Updates schon jetzt herunterladen könnt, wenn diese Folge online geht, dann müsst ihr euch hier aber bis zum 22. April gedulden. Aber das Warten lohnt sich, denn Panasonic liefert Autofokus-Funktionen wie Tracking für die Augen von Tieren, Autos und Motorrädern nach. Also nicht die Augen von Autos und Motorrädern, sondern halt die Dinge an sich. Die Erkennung von Personen soll zudem präziser werden. Für Cloud-Fans führt Panasonic zudem die native Integration von Adobe Frame I.O. ein. Die neue Camera-to-Cloud-Funktion lässt euch Aufnahmen dabei zudem direkt in die Cloud hochladen. Hinzu kommen neue Einstellungsmöglichkeiten bei der elektronischen Bildstabilisierung, die SH-Pre-Burst-Aufnahme und, und, und. Und, bevor mir und euch gleich die Birne raucht, ich kriege langsam, glaube ich, schon Kopfschmerzen, verweise ich hier auch nochmal auf unsere ausführlichen News. Und damit reicht's auch für diese Woche. Ich will Fotografics-News ja schließlich knackig und kurz halten. Aber, rausgefallen aus dem News-Round-Up, sind die neuen Firmen-Updates für die Sony Alpha 6700, die Nikon Z30, die Nikon Z50 und die Nikon D6. Der Vorstelligkeit halber, und falls ihr diese Kameras nutzt, wollte ich das aber zum Ende der Folge noch ganz kurz erwähnen. Ihr merkt, wenn so viel los ist, ist es gar nicht mal so einfach, die wichtigsten Meldungen rauszufiltern. Liebt die Kameras, Fotografie und Videografie so wie ich, dann solltet ihr daher regelmäßig auf fotografics-magazin.de vorbeischauen und auch unseren Instagram-Kanal kamera.news abonnieren. Dasselbe solltet ihr auch hier auf YouTube tun, um keine neue Folge zu verpassen. Ich bedanke mich, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart und sage, auf Wiederhören! Bis zum nächsten Mal.